Hallo und herzlich willkommen bei Fischer die Fahrradmarke. In diesem Video zeige ich dir die Funktionen und Vorteile der Fischer eConnect App. Du kannst mit der Fischer eConnect App beispielsweise kostenfrei in ganz Europa navigieren. Du hast die Möglichkeit, dir Werte zu deinem Pedelec anzeigen zu lassen, die du im Display nicht siehst. Du hast einen Tourmanager, in dem du deine Touren sehen kannst, deine importierten Routen sehen kannst und du siehst in ganz Deutschland die Servicestützpunkte, zu denen du navigieren kannst, sobald du mal ein Problem mit deinem Fahrrad hast. Nachdem du dir die App im App Store oder Play Store heruntergeladen hast, musst du einmalig deine Rahmennummer des Pedelecs eingeben. Die Rahmennummer findest du entweder hier auf der Unterseite des Unterrohrs oder am Sitzrohr. Hast du die Rahmennummer eingegeben, siehst du als allererstes die Karte. Auf der Kartenansicht hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir zum Beispiel die Werte hier oben anpassen, indem du kurz auf die Datenfelder klickst. Du hast dann hier eine Reihe von Informationen, die du dir anzeigen lassen kannst. Unten rechts siehst du die Reichweite deines Pedelecs, den Ladezustand, des Akkus und die aktuelle Unterstützungsstufe. Passe ich meine Unterstützungsstufe an, ändert sich sowohl die angezeigte Reichweite als auch die Unterstützungsstufe. Ein Highlight der App ist die topografische Reichweitenanzeige. Wenn du also rauszoomst, siehst du hier direkt einen violetten Umkreis. Dieser Umkreis gibt dir deine Reichweite auf der Karte wieder. Wenn du die Unterstützungsstufe änderst, ändert sich auch dieser Umkreis. Je höher die Unterstützungsstufe, desto kleiner der Umkreis. Gefällt dir die Offline-Kartenansicht nicht, kannst du diese anpassen. Du hast hier verschiedene Anbieter, zum Beispiel Google Maps oder Google Satellite. Lässt sie aus und dann ändert sich die Kartenansicht direkt. Klicken wir auf diese drei Balken unten links, kommen wir direkt ins Hauptmenü der Fischer E-Connect-App. Hier ist so eine Übersicht der Funktionen. Wenn wir hier zum Beispiel auf Suchen klicken, haben wir die Möglichkeit Offline oder Online zu suchen. Die Online-Suche findet über Google statt. Das heißt, ich gebe hier einfach mein Ziel ein. Hier steht der Ohrensfels. Kann dann einfach die Navigation über Go starten. Bei der Offline-Suche musst du Stück für Stück Daten eingeben. Du wählst zuerst das Landhaus, dann die Stadt, dann die Straße, dann die Hausnummer der Straße. Du kannst auch dann loslegen mit der Navigation. Alternativ kannst du hier ein Point of Interest, beispielsweise den Bahnhof oder ein Café in deiner Nähe eingeben und schon kann die Navigation losgehen. Eine weitere Funktion ist die Übersichtsanzeige. Klicke ich hier drauf, habe ich beispielsweise die Möglichkeit, meine Route aufzunehmen, später abzuspeichern und im Tourenmanager anzeigen zu lassen. Klicke ich hier auf Fahrrad, habe ich einen klassischen Fahrradcomputer, der mir immer meine aktuelle Geschwindigkeit anzeigt und hier habe ich wieder drei Datenfelder, die ich individuell gestalten kann. Möchte ich hier zum Beispiel die Reichweite ändern, klicke ich auf Strom. Wenn ich hier auf Computer klicke, habe ich noch mal sechs Datenfelder, die ich mir individuell alle anpassen kann. Gehen wir zurück ins Hauptmenü und klicken auf den Tourenmanager. Hier sehe ich dann meine importierten Touren, meine aufgezeichneten Touren und meine Favoriten, die ich während der Navigation abgespeichert habe. Eine weitere nützliche Funktion ist die Anzeige der Servicestützpunkte in Deutschland. Wenn du irgendwann mal ein Problem hast oder dein Fahrrad checken lassen musst, siehst du hier nach Entfernung gegliedert den nächsten Servicestützpunkt, zu dem du dein Fahrrad bringen kannst. Kommen wir zu den Einstellungen der Fischer eConnect App. Diese findest du, indem du hier unten links im Hauptmenü auf das Zahnrädchen klickst. Du hast dann die Möglichkeit, verschiedene Systemeinstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Einstellung der Sprache. Auch Navigationseinstellungen kannst du hier vornehmen, zum Beispiel die Sprache der Stimme anpassen. Das sind unter anderem Deutsch, Englisch und Französisch. Dann kannst du noch persönliche Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel den Fahrradtyp angeben, die Beschaffenheit der Route oder Benutzerdaten. Je korrekter die Benutzerdaten sind, desto besser ist die Anzeige der Reichweite innerhalb der App. Unter dem Punkt Karten hast du die Möglichkeit, die Offline-Karten innerhalb Europas kostenfrei herunterzuladen. Hier siehst du dann dein verbundenes E-Bike oder E-Bikes in deiner Nähe, die du verbinden möchtest. Unter dem Punkt Sensoren kannst du beispielsweise einen Herzfrequenzsensor verbinden. Zu guter Letzt hast du dann noch die Infoansicht, in der du verschiedene Informationen zur App findest. Und ganz wichtig, wenn du mal nicht weiterkommst in der App, klickst du hier auf Help und gelangst zur Anleitung der Fischer E-Connect-App. Diese kannst du dir auf Deutsch oder Englisch anzeigen lassen. Das war eine kurze Übersicht über die Funktionen der Fischer E-Connect-App. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren.